challenge kann losgehen ich bin gespannt wir wollen einen dicken fetten büffel hier kaffernbüffel stand doch hier warte mal kaffernbüffel das ist aber eher abends bis in der nacht also rennen wir mal in die richtung und verwendet werden darf nur dieser viel zu kleine baller mann als challenge ich hoffe das funktioniert ich bin echt gespannt ich vermute ich werde mich ganz ganz nah heranschleichen müssen und eben dann irgendwie hart ich weiß gar nicht ob ich dann durchballern kann die haben so ein dickes und dickes feld und dicken pelz und eine lederhaut ich glaube das juckt den gar nicht ich habe schon überlegt ob ich ihm irgendwie ins auge schieße oder sowas ekelhaft ich folge dem kaffernbüffel die frage ist jetzt natürlich als erstes finde ich überhaupt so ein vieh das ist natürlich die größte frage ich dachte schon so einen riesengroßen schwarzen und da muss er natürlich am besten auch noch dick sein ich meine in der in der challenge steht drinne kaffernbüffel oder gold gold kaffernbüffel ist klar bin froh wenn ich erstmal überhaupt einen davon kaputt krieg geschweige denn erst auch erstmal noch ein finde was haben wir denn hier für spuren büffel gehend 800 bis zu oh männlich bis zu 800 in die richtung bis zu 800 kilo das wäre doch schon geil das wäre schon richtig gut gerade eben oh mein gott das kann schon direkt werden hier wie gut das wäre so gut gerade eben ich darf nicht zu laut sein jetzt gehend also der ist noch nicht aufgeschreckt oder so oh wie gut tja und jetzt jetzt hader ich natürlich schon schieße ich ihm erstmal in den arsch oder baller ich ihn am besten direkt irgendwie an eine an der kritischen stelle an eigentlich steht die golle oh moment da 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 ist was da sind zwei stück vier der ist aber leicht und da ist noch einer oh mein gott da muss ich erstmal jetzt hinschleichen da vorne sind sie die büffel oh ich bin so gespannt ich bin so gespannt ob ich überhaupt durchkomme durch den fett arsch oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott hier links ist noch einer hier links ist noch einer erstmal in deckung gehen also büffel Oh, ho, 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 ho. MG. Ich hätte mal ein Zelt mitgenommen. Alter, wo... Ich krieg euch. Ich mach euch, ich mach euch. Lang mach ich euch. Da, 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 da. Da, 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 da. Das ist aber ein anderer. Aber egal. 19 Schuss habt ihr gebraucht. Haukt der mich einfach aus dem Leben, ey. Da, 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 da unten. Da sagt mal einer, man kriegt so einen ollen Büffel nicht auch mit so einem Kleinkaliber kaputt. So, extra. Alter, die waren aber nicht von schlechten Eltern, ey. Und da ist er down. Und da ist er down. Er hätte höchstwahrscheinlich mit weniger... Er wäre auch so down gegangen. Er wäre auch so down gegangen. Das war aber nicht der mit dem tödlichen Treffer von gerade. Ist mir warm, ey. Alter. Wow. Erster Schuss. Muskel, Lunge, Herz. Erster Schuss war schon Bloodshot. Zweiter Schuss gegen den Kopf. Einfach nur den Schädel getroffen. Null Prozent. Moment, das hat ihn quasi gar nicht irgendwie was gekostet. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Das haben wir nicht gezählt. Egal, ich habe ihn. Es empfiehlt sich eigentlich immer, die Lunge und das Herz natürlich. Also aber die Lunge natürlich zu treffen. Damit das Viech einfach nicht so weit wegrennen kann. Und da liegt sogar der Nächste. Guck mal, das war nur das eine. Oberschenkel. Vorderlauf, Oberschenkel, Knochen. Links, Lunge. Fertig. Ethisch total korrekt. Einwandfrei. Zwei ethisch erlegt. In den Sack. Mitgenommen. Und das letzte. Der letzte Kaffernbüffel, der ist gerade da hinten hingerannt. Wow. Hätte ich, also muss ich gestehen, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das dass das Gewehr doch so gut da durchschießt. Zwei, zwei, dreier. Es stand ja in der Challenge. Stand ja unten drunter. Zwei, zwei, dreier. Bis zwei, sie... Bis zwei, sieben. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Esmeralda. Und da liegt er. Noch aus der Challenge. Silberwertung. 861 Kilo. Level 8 mythisch. Okay. Das ist definitiv Challenge geknackt. Sogar mit der Gewichtsangabe noch. Also das wäre mit der Effizienzbonus wäre das wäre das auch eine bessere Wertung noch gewesen. Aber das ist auf jeden Fall Schwierigkeit. Stufe 8. Alter. Lunge. Nochmal die Lunge. Sechs Treffer. Muskel und Darm. Zehnmal drauf geballert. Aber wie viel hier in den Muskel geht und das Vieh einfach nicht interessiert. So. Und den nehmen wir auch mit. Das Vieh kommt auch mit in die Trophäenhalle. Ausstopfen. Zack. Mitnehmen. Geile Sache. Sehr sehr geile Sache. Ja ihr Lieben. Das war's. Das war die erste Challenge. Dankeschön nochmal an Ralf Baumann. Der die Challenge unten drunter und das Video geschrieben hat. Erledigt würde ich sagen. Ich sag mal den Goldbüffel. Vom Gewicht her ist es auf jeden Fall ein Goldbüffel. Mythisch. Level 8. Und erledigt mit dem 2.2 3er Kaliber. Mit dem Gewehr. Geschafft. Dankeschön für die Challenge und ja die nächste Challenge wartet. Wenn du Lust hast mir eine Challenge eine Aufgabe zu ja aufzugeben schreib sie einfach auch hier unter die Kommentare und dann sehen wir uns wenn es dir gefallen hat im nächsten Video wieder. Die Challenges werde ich dann regelmäßig im Livestream erledigen und die Trophäenhütte die normale Trophäenhütte werde ich dann hier nur auf YouTube quasi füllen. Wenn dir das Video gefallen hat Daumen dalassen Abo dalassen und dann sehen wir uns entweder im Livestream auf Twitch oder hier im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.